Hallo und herzlich willkommen liebe Löwen bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurer Monatslegung für den Juni 2023. Ihr wisst, das ist eine allgemeine Legung, die Rollen können vertauscht sein. Ihr als Zuschauer seid, wenn in diesen beiden Decks die Dame fällt, immer die Dame, egal ob ihr männlich oder weiblich seid. Euer Gegenüber oder die Person, auf die ihr schaut, ist immer der Herr. Diese Legung ist zeitlos, auch wenn ich sie jetzt für den Juni definiert habe. Wenn dir die Legung zu einem späteren Zeitpunkt vor die Füße kommt, hat sie vielleicht einen wichtigen Impuls für dich. Und wichtig, du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung und wenn es nicht deine Legung ist, dann mach es bitte auch nicht zu deiner. Wir legen heute mit dem Krafttier-Orakel von Chan Ruland, dem Tarug Rolux von Ciro Machetti, mit Erat Aliquando von Yonanda Latoura, Entschuldigung, und dem Gilded Reverie Lenormand von Ciro Machetti. Natürlich gibt es für euch auch eine Faol-Rune dazu und die Infos zu den verwendeten Kartendecks und den Link zu unseren Runen und unserem Shop findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und jetzt geht es mit Eule Wilma natürlich am Start auch direkt los in eure Monatslegung, liebe Löwen, für alle, die den Löwen als Standzeichen im Mond, Venus oder als Aszendent haben. Schauen wir mal, welches Krafttier begleitet euch im Juni, liebe Löwen? Welches Krafttier begleitet die Löwen im Juni 2023? Da haben wir es schon. Wir haben den Delfin. Lebensfreude, habe Spaß, spiele und probiere dich aus. Surfe die Wellen des Lebens, der Energiefluss setzt ein. Also, das klingt doch mal nach einer schönen, leichten, verspielten, freudigen Energie. Scheint ja eine sehr angenehme Grundvoraussetzung für den Juni zu werden. Gucken wir mal, was uns denn die Karten verraten. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Löwen in den Juni? Was war, was ist? Das ist jetzt ein bisschen schnell gegangen. So. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Löwen in den Juni 2023? Wir haben den Narr. Okay. Also, auch der Narr spricht als große Arcana von einem Neuanfang. Hier ist Abenteuerlust im Feld, hier sind Neuanfänge im Feld. Vielleicht ist auch ein bisschen Anspannung oder Aufgeregtsein vor diesem neuen Weg, der hier vor dir liegt, lieber Löwe, im Feld. Aber der Narr ruft dich auch immer auf, Vertrauen in die Schöpfung zu haben. Auf jeden Fall eine sehr neugierige, offene, abenteuerlustige Energie, die so geprägt ist von auf zu neuen Ufern und die sehr schön harmoniert, finde ich, mit dem Delfin, mit der Lebensfreude. Okay, gucken wir mal, was Errat Aliquando zu ergänzen hat. Was war, was ist? In welcher Energie starten die Löwen in den Juni? Sollte ich übrigens mal die Monate verwechseln und aus Versehen vom Mai oder so reden, das ist einfach der Vertiefung in die Karten vielleicht geschuldet. Diese Legung ist jetzt für mich für Juni vorgesehen. Wir haben Wolkenkuckucksheim, die gute Stube und die Schnecke. Jawohl. Und den Hirsch. Also der Hirsch taucht interessanterweise in diesen Monatslegungen echt vermehrt auf. Also ich glaube, es hat für ganz viele mit einer neuen Präsenz in ihrem Leben zu tun. Und so scheint es auch bei euch zu sein, liebe Löwin. Schauen wir mal, was das Lennormand hier noch ergänzt. Was war, was ist? Dankeschön. Mhm, 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 mhm. Okay. Also. Was war, was ist? Wir haben Wolkenkuckucksheim. Wolkenkuckucksheim spricht immer von Vision und Illusion. Also von der Illusion zur Vision. Ich glaube, du bist gerade an so einer Neuanfangsenergie, wo du neu bei dir angekommen bist mit der guten Stube. Und hier gerade auch ganz viele Träume, Visionen, Möglichkeiten in deinem Kopf rumgeistern, auf welches Abenteuer du dich als nächstes einlassen möchtest. Ähm, welche Herausforderung du dich vielleicht auch stellen möchtest. Und ähm, du bist vielleicht hier auch mit einer Person in Verbindung. Also ich habe hier ein Gegenüberliegen, ein potenzielles mit dem Herrn. Und auch die Schnecke ist, bezeichnet eine andere Person oder eine andere Energie. Und die Schnecke ist einfach eine langsame Person. Also während du dich hier, äh, in deinem stillen Kämmerchen vielleicht auch mal damit befasst, okay, welche Abenteuer, welche Ziele, welche Visionen, welche Träume, äh, habe ich denn hier noch und welche möchte ich angehen, befasst, kann es sein, dass du mit einer Person in deinem Umfeld konfrontiert bist, die hier irgendwie nicht so wirklich mitzuziehen scheint. Ähm, und auch wenn hier die Abenteuerlust bei dir im Feld ist, ähm, ne, bist du in so einer, mit dem Hirsch in so einer Energie, dass du in deine Strahlkraft kommst. Also du bist hier wirklich so gerade in, mir kommt bei dir so eine, so, ja, du hast das Gefühl, als ob du endlich bei dir angekommen wärst und du willst jetzt auf zu neuen Ufern, als ob du wirklich so eine, vielleicht auch schwere Phase hinter dich gebracht hast, wenn du hier in Resonanz bist und jetzt einfach wieder merkst, hey, meine Kräfte kommen zurück, meine Strahlkraft kommt wieder zurück, ne, ich bin lebensfroh, ich genieße mein Leben, ich fühle mich wohl in meiner Haut. Da ist einfach so diese, ja, so, hey, hier bin ich, ne, so, diese hey, hier bin ich Energie und du bist aber dennoch konfrontiert, weil dieser Hirsch röhrt hier ja auch weg von dieser langsamen Energie. Also du hast es hier mit einer, äh, vielleicht eher trägen oder langsamen, vielleicht sogar manchmal in ihr Schneckenhaus sich zurückziehenden Person zu tun, ja, und das sagt mir auch das Lenormand, denn wir haben hier den Herrn und den Berg. Also es gibt hier ein Gegenüber, auf das du schaust oder eine nahestehende Person, mit der du zu tun hast, die sich hier blockiert. Mit dem Berg, äh, ist es gerade blockiert, aber der Berg ist ja keine Herausforderung, die man nicht überwinden könnte, ne, also diese Blockade kann überwunden werden, im Moment wirkt die aber noch. Gucken wir mal, was denn da auf euch, liebe Löwen, im Juni zukommt. Was kommt auf die Löwen im Juni zu? So, da kommt die vier der Münzen, aha, okay, verdeckte Energie der Page der Schwerter. Die vier der Münzen ist so ein bisschen, mit was du konfrontiert wirst, ne, wir haben hier die Abenteuerlust liegen. Du willst eigentlich, ähm, getreu dem Delfin die Lebensfreude genießen, äh, Spaß haben, dich ausprobieren, die Welle des Lebens surfen, ja, und einfach so, ich merke da so ein, ja, ja, so eine Abenteuerlust einfach, der, deine Energie ist von Abenteuerlust geprägt. Und hier kommt aber mit den vier der Münzen die Energie des Festhaltens. Ähm, das ist jetzt die Frage, die du dir beantworten kannst, ob du die Person bist, die sich vielleicht selbst festhält, aus vermeintlichen materiellen Gründen oder, äh, aus arbeitstechnischen Gründen, oder ob es in deinem Umfeld eben, wie diese Schneckenenergie hier ja auch besagt, äh, jemanden gibt, der dich so ein bisschen hier versucht auszubremsen. Na, so, äh, du hast ganz viele tolle neue Ideen und das Gegenüber sagt immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten, oder, ja, wenn das funktionieren würde, hätten das ja schon hundert andere gemacht, bla, 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 bla. So eine Energie nehme ich hier wahr. Genau, und mit dem Page der Schwerter, äh, bist du hier aufgefordert, als verdeckte Energie, ähm, ähm, ja, klärende Impulse wahrzunehmen. Also wirklich zu erkennen, wann ist es wirklich ein wertschöpfender, ein wertvoller Hinweis, wo jemand vielleicht berechtigte Bedenken äußert, und wann ist es halt eher vielleicht so dieses, dass jemand das sagt, weil er Angst hat vor der Veränderung, oder vor diesem Veränderungsprozess, in dem du gerade stehst, mit diesem Narren, ja. Ja, also wirklich genau zu prüfen, wann ist das ein liebevoll gemeinter Impuls, und wann ist es einfach nur, weil jemand mich, äh, so im gewohnten Rahmen halten möchte, ähm, ähm, und das aber nicht, äh, aus einer neutralen, oder aus deiner individuellen Position nachvollziehen möchte. Schauen wir mal, dass Erat Aliquando hier noch ergänzt. Das kommt auf die Löwen zu. Da kommt der Goldfisch. Das für die Würmchen, das sind jetzt einfach zu viele. Wir mischeln nochmal. Okay, der hat sich noch umgedreht. Dann haben wir das Durcheinander und den Zyklus. Schauen wir mal, was das Lenormand noch ergänzt. Was kommt auf die Löwen zu? Da haben wir den Schlüssel und das Buch. Mhm. Okay. Also, mit dem Goldfisch. Bist du ja wie der Delfin im Wasser, wie der Fisch im Wasser, ne? Du bist hier so ein bisschen in der Flow-Energie. Ähm, hast es aber auch mit einer Energie zu tun, mit dem Goldfisch, weil das ist ja so ein Schleier-Goldfisch hier, dass vielleicht jemand seine Absichten verschleiert. Wie ich hier schon mit den vier Münzen, ne? Also, ähm, ich nehme eine Energie in deinem Umfeld wahr, wo jemand dich vielleicht wirklich ein bisschen ausbremsen möchte, in deinem Enthusiasmus, ähm, und da gilt es eben für dich, ähm, zu gucken, wann ist es eben ein wohlwollend gemeinter Rat und wann nicht. Denn hier ist auch eine Neuanfangsenergie mit diesem, äh, Glühwürmchen, ne? Hier so im Feld. Also, das Glühwürmchen ist ja, spricht ja auch immer so von diesem Midsommernachtstraum, von funkelnden, schönen Momenten. Ähm, und ich glaube, du bist hier schon sehr charismatisch unterwegs und sehr im Fluss mit dir und mit deiner Euphorie und deiner Strahlkraft. Ähm, und hast hier durchaus im Juni schöne, funkelnde Begegnungen oder auch Momente, äh, mit Freunden oder wenn du halt unterwegs bist. Was dich aber auch immer wieder so ein bisschen durcheinander bringt. So, das ist, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, hier, hier gilt auch, hier wirkt ein Zyklus. Und das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, lieber Löwe, also wenn du hier in Resonanz bist, kann das gut sein, dass du die letzten Monate vielleicht energetisch wie in so einem Tiefschlaf warst. Vielleicht war es eine sehr kräftezehrende Phase, du warst in einem Projekt extrem eingebunden, was auch immer. Also, das war wie wenn du auf Tauchstation warst und jetzt auf einmal, ne, so, so auftauchst mit dieser Narrenergie und ich will neue Abenteuer und jetzt bin ich wieder hier und schaut und ich fühle mich wohl in meiner Haut. Ich habe mich regeneriert und keine Ahnung und jetzt bin ich hier wieder und irgendwie ist hier aber so eine bremsende, blockierte Energie in deinem Feld. Und das bringt dich auch durcheinander, weil sich hier wohl ein Zyklus wiederholt. Du kennst diese Energie schon, du kennst auch diese, diese, diese Euphorie, die da bei dir so mitschwingt und dass das dann immer wieder ausgebremst wird. Da ist ein Zyklus im Feld, der von dir durchbrochen werden will. Ja, hier gilt es etwas zu erfahren, etwas zu erkennen. Mit dem Buch geht es hier nämlich um Wissen, etwas was du noch nicht weißt. Das Buch ist noch geschlossen. Was dir im Lauf des Junis vielleicht bewusst werden könnte. Und mit dem Schlüssel ist es sogar mit Sicherheit so. Der Schlüssel ist eine der Glückskarten im Tarot. Also, ne, also dieses Wissen, was dir da zuteil wird, äh, wird wirklich wichtig, um vielleicht auch, wenn du hier in so einem Festhaltethema konfrontiert bist, bei dir selbst oder in deinem Umfeld, dass du das selbst aus dem Weg räumen kannst, weil dir hier eine Botschaft, eine wichtige Information zur Verfügung gestellt wird, die dann eben, ähm, ja, das Rätsel's Lösung darstellen kann. Okay, schauen wir mal. Was ist denn der Tipp des Universums für euch, liebe Löwin? Was ist der Tipp des Universums für die Löwin? Die Neun der Stäbe ist der Tipp des Universums. Okay, also die Neun der Stäbe ist die Karte, ähm, des Stehaufmännchens, ne, du hast schon viele Schlachten geschlagen. Äh, und du bist auch immer wieder aufgestanden. Und mit den Neun der Stäben haben die Erfahrungen dazu geführt, dass man sehr viel über Grenzen gelernt hat. Ne, ne, wie man eigene Grenzen setzt, wie man anderen gegenüber die Grenzen auch wahrt, wie man anderen gegenüber die Grenzen setzen kann. Und, ähm, ähm, auch dieser Herr hier ist ja dabei, sich nach diesem eben verwundenen Stab hier wieder aufzurichten und diesen letzten Stab aufzustellen. Also, du bist, ähm, der Tipp des Universums ist dir vielleicht auch bewusst zu machen, was du schon alles überstanden hast und dass dir jetzt vielleicht diese Lebensfreude, diese Leichtigkeit einfach zusteht und du dir das auch mal gönnen darfst, ohne dass du das immer gleich rechtfertigen musst. Ja, also, ich spreche jetzt nicht davon, ich meine, es geht hier ja nicht um so eine Sache, dass du dein, 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 dein ganzes Erspartes, äh, Erspartes, äh, zum Fenster rauswirfst, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Okay, sondern es geht ja einfach nur darum zu genießen, dass du dich wohl in dir, mit dir fühlst, dass du merkst, hey, mein Herz fliegt, wieder meine Augen fangen an zu leuchten und diese Präsenz von dir selbst zu genießen. Ja, und das hast du dir auch verdient nach dem Bürden der Vergangenheit. Also stell dich hin und prüf auch hier immer wieder gut, ne, was diese vier Münzenergie mit festhalten, ob die eben in die, ob dich in dir selbst noch etwas zurückhält oder ob in deinem Umfeld Energien sind, die dich eben in, in diesem Enthusiasmus, in dieser Lebensfreude versuchen zu dämpfen oder zu bremsen. Was ergänzt denn Erat Ali Kvando hier noch dazu? Was ergänzt denn Erat Ali Kvando als Tipp des Universums für die Löwin? Der Uhu, da kommt wieder das Wissen. Ah, ha, 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 ha. Okay, das Spinnrad. Die uralte Eibe. Eine würde ich noch nehmen. Danke, die gibt tief. Die Geduld. Mhm. So. Dann schauen wir gleich noch, was das Lennomar ergänzen will. Was will das Lennomar als Tipp des Universums noch ergänzen? Da haben wir die Sense und die Brücken. Entschuldigung. Also, wie gesagt, du hast Schlachten geschlagen und es gilt jetzt auch vielleicht deine Grenzen, ähm, nicht, ich möchte nicht verteidigen sagen, sondern einfach, ja, also, dein Raum, den du dir erschaffen hast, ne, mit diesen neun aufgestellten Stäben. Wo ist die gesunde Grenzen? Wo ist die gesunde Grenze, die es für dich zu behaupten gilt? Also nicht als totale Abwehrhaltung, sondern einfach nur ein Ja zu dir, bedeutet manchmal einfach ein Nein im Außen. Und wenn jemand versucht mit so einer Festhaltethematik, dich irgendwie zu bremsen oder zurückzuhalten, dann gilt es hier halt vielleicht auch mal deine gesunde Grenze zu setzen. Ähm, es gibt hier aber schon eine, sag ich mal, für dich spirituelle Portaldurchschreitung, denn ich habe hier die uralte Eibe liegen, als Tipp des Universums. Und diese Portaldurchschreitung hat damit zu tun, dass es um Wissen und Weisheit geht, über, um deine Lebensgeschichte. In diesem Buch steht, du bist alles und alles bist du. Und wir haben hier das Buch liegen, wo eine Botschaft, ein Wissen, eine Erkenntnis in dir nach oben kommen will, die dir hilft, diese Festhalte- oder Loslassthematik in deinem Leben zu klären. Und da gilt es hinzuschauen, denn mit dem Spinnrad, ja, hier ist das Web of Word abgebildet, das Schicksalsnetz, das die drei Nornen am Urtbrunnen von Yggdrasil weben, das alle Menschen miteinander verbindet, gibt es eben hier etwas, was dir hilft, vielleicht einen Knoten, der nicht in dein Lebensnetz gehört, zu lösen. Und da darfst du eben hinschauen, damit du dann dieses Portal durchschreiten kannst. Und das ist aber auch wieder etwas, weil ich nehme dich ja sehr enthusiastisch wahr, lieber Löwe, wo du geduldig sein darfst. Das wird keine Erkenntnis sein, die dir von heute auf morgen so, wo du da gleich durch bist, sondern wir reden hier von einem Prozess. Du hast neun Stabenergie hinter dir, ja, du bist neunmal wieder aufgestanden, du hast alle neun Stäbe wieder aufgestellt. Also sei auch geduldig mit dir, ja, und man muss hier einfach sagen, sei achtsam, nimm dir vielleicht auch die Zeit zu überlegen, ja. Ja, wenn hier jetzt so eine ausbremsende Schneckenschuster bleibt, bei deinem Leistenenergie irgendwie hier dazwischen funkt, auch Geduld zu haben vielleicht auch mit dem Gegenüber, wenn das hier jetzt wirklich von dem Gegenüber käme. Ne, wenn du jetzt auf einmal nach so einer sehr kräftezehrenden Phase, wo du auf Tauchstation vielleicht auch warst, auf einmal wieder in deine Strahlkraft kommst, kommt vielleicht das Gegenüber nicht so schnell mit mit deiner neuen Energie und vielleicht auch Geduld zu haben mit deinem Gegenüber. Ja, und nicht hier gleich Tabula rasa machen und beim kleinsten Verdacht hier mit der Sense alle Brücken abzureißen, sondern, ja, es geht vielleicht auch darum, alte Wege neu zu definieren, um dann die Ernte einfahren zu können. Ja, denn die Sense steht ja nicht nur für etwas Plötzliches oder für plötzliche Trennungen, das wäre auch eine Deutungsmöglichkeit. Also solltest du dir wirklich sicher sein, dass hier eine Brücke abgebrochen werden muss, dann ist auch das deine Entscheidung. Aber ich habe eher das Gefühl, vielleicht neue Wege zu suchen, ja, und den anderen eben auch die Zeit zu geben, deine Energie dann mitzugehen. Und, ja, sich da vielleicht eben auch zu wandeln. Das heißt ja nicht, dass du stehen bleibst oder auf die andere Person wartest. Nein, wenn du jetzt in dieser Präsenz, in dieser Strahlkraft und in diesem Flow bist, dann genieß das einfach. Und vermittel den anderen vielleicht das Gefühl, hey, ich brauche das gerade für mich, das ist aber nicht gegen dich, sondern einfach nur für mich. Und zweifle vielleicht auch nicht an mir, ne, also wenn es hier wirklich um eine Verbindung geht. Einfach auch dieses Vertrauen, ich sehe hier nicht, dass es hier um Betrügen oder sowas von deiner Seite aus geht. Nein, du wirst einfach experimentieren. Ich nehme eine Experimentierfreude wahr bei dir. Und deinem Gegenüber dennoch vielleicht die Sicherheit zu vermitteln, dass es für dich gerade ganz, ganz wichtig ist. Und du dennoch aber beständig bist, weil du bist alles und alles bist du. Also vielleicht auch hier das Buch zu öffnen und sich dem anderen ganz authentisch zu zeigen. Auch das kann der Tipp des Universums hier sein. Schauen wir mal, wie geht es denn weiter. Wir haben die Königin der Münzen. Wenn du das schaffst, kommst du mit der Königin der Münzen, das ist Erdelement, das ist das Wasser der Erde, kommst du in eine fruchtbare, geerdete Fülleenergie, die sehr warmherzig und wohlwollend ist. Und in dieser Energie ist es dir auch möglich, die Süße des Lebens zu genießen mit dem Bär, denn die hast du eine ganze Zeit lang vermisst. Und es geht auch weiter, dass du diese Strahlkraft für dich ausleben sollst, denn auch diese Strahlkraft und diese Lebensfreude, diese Energie, dein einzigartiges Leuchten, das hast du, glaube ich, eine ganze Zeit lang vermisst. Und das kündigt sich eben hier wieder an. Und da gilt es, ich muss kurz ein Bikini bauen, weil die Dame hat eine entblößte Brust. Und da gilt es einfach wirklich auf dein Herz zu hören und dich auch freudig, erwartungsvoll dem zu stellen, was sich dir hier zeigt. Aber aus deinem Herzen zu handeln. Und das ist ganz, ganz wichtig im Weiteren dann. So, jetzt schauen wir mal noch. Welche Rune begleitet denn euch, liebe Löwen, im Juni 2023? Welche Rune begleitet die Löwen? Da habe ich sie. Ja, schau mal, die Gebu. Die Gebu ist die Rune der Gabe. Das ist das Geschenk. Und die Gebu hat aber auch die Eigenart, dass jedes Geschenk auch einen gewissen Preis hat. Und ich glaube, der Preis, den du bereits entrichtet hast, sind die neuen Stäbe. Niedergestreckt worden zu sein und sich immer wieder aufzurichten und auch zu verstehen, dass das Leben eben in zyklischen Kreisen hier läuft, mit dem Zyklus. Es gibt immer ein Auf und ein Ab. Es ist immer eine Wellenbewegung. Und jetzt aber wirklich zu genießen, dass du das Geschenk erhalten hast, dass du gerade in dieser Strahlkraft, in dieser Lebensfreude, in diesem Enthusiasmus, in diesem Entdecker- und Abenteuergeist bist. Ja, im Endeffekt auch steht die Gebu dafür, in seiner Mitte wieder anzukommen und in alle Richtungen zu strahlen. Und genau das ist deine Energie, die ich hier mit dem Narren wahrnehme, zu der dich auch der Delfin aufruft, als dein Krafttier, lieber Löwe. Habe einfach Spaß, spiele und probiere dich aus. Genieße es. Surfe die Welle des Lebens. Ja, also sei einfach, ja, lass dich vielleicht auch von der Lebensfreude einfach mal von der Welle der Lebensfreude tragen. Das war eure Legung für den Juni, liebe Löwen. Ich wünsche euch einen zauberhaften Monat. Freue mich, wenn ihr mir ein Like, Abo, einen Kommentar da lasst oder meine Videos teilt. Fühlt euch am Ärmelt und gedrückt. Ich sage bis zum nächsten Video. Bis demnächst. Eure Crazy Old. Ciao, ciao.